Wir brauchen gerade ein wenig Fröschwasser. Hier ist ein schöner Bergbach. Ich dachte, ich müsse es hier ein wenig ansaugen. Schön frisches Wasser aus den Bergen. Hier geht es jetzt rein. Schon 80 Liter sind dann. Fast 30 Liter pro Minute. Dafür habe ich eine Kerker-Ansaugpumpe gekauft. Die kleinste, die es gibt, aber die reicht. Und hier geht der Schlauch ins Wasser. Er saugt die Ansaug.